Okay, Markus, bin soweit. Kommt los hier? Ja. So ein typisches Action muss schon machen. Na ja, Strom. Hochstrung. Action. Action! Okay, Action! Geil. Ja, schon klar. Also einatmen, ausatmen, einatmen und Action! Egal, macht nichts, war gut. Gut, mir hat beides gefallen. Markus, es ist scheißegal, ich nehme das, was mir am besten gefällt. Ich nehme was, was mir gefallen. Erkippt doch, was soll ich denn? Ja. Dann gehe ich rein. Und dann sage ich, genau, wenn der rein. Ne, wir müssen mal mit dem Schüssel, mit der Seite nehmen, wie sie die. Okay, gute Schüssel. Zeichen. So. Oder so. Oder so. Probier, nachdem, umzuschliessen, weil, nachdem, wenn du nicht fallst, oder man scherzieht. So. Seht, ich muss es vergessen. Was wollen wir zum Beispiel? Wie wollen wir hin und alles tun? Viel Zeit habe ich nicht mehr. Die Bäumeister hat schon viel gebabbelt. Seht ich einfach los, nicht? Ja. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Ihr wisst ja, keine Bübenrede über sieben Minuten, und der Boyer-Mächter hat mich schon schwierig geklaut. Auf unserer Goldicht kamen wir nach Hause noch, der dreifach Donnerndes. Bika, helau. Bika, helau. Bika, helau. Das ist so kling. Alle. Oder? Oder machen wir nur Bika, und du schneidest ja helau rein. Ja, das ist immer so ziemlich, dann lieber scheiße. Ich hätte nicht wieder was vergessen können. Man merkt alles, dass man sich verhascht will. Und dann wird man auch schon verhascht, und dann sieht man da ein, so wie du kommst. Das? Jetzt habe ich nicht gedacht. Hast du gemerkt, ich bin doch wohl mit der Bank ist, ey? Markus, Markus, steig doch da jetzt einfach ein. Du musst es nicht von vorne machen. Gut. Doch, von vorne. Nein, ich habe gemerkt, an der Stelle, wo du jetzt eben warst. Ach so. Mach doch gerade weiter. Schneide mal. Ach so. Konntest du es? Hajo. So, wie du wohl endlich wieder ver- Ne, helau hier läuft es noch. Mach was mit. Ne. Immer, 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 immer. Ich habe nur pünkt, die Vorurteilung. Ach nichts. Also, ich behaupte, wir haben alles, wir haben alles, wir haben alles, wir machen das Bika, oder? Ja, das Bika machen wir noch mal. Ja. Was habe ich da vorhin gemauelt? Ah ja, wir müssen einfach das Bika-Helau noch mal machen und du, hey, und du. Ja. Und dann blenden wir dich aus. Und die Pose halt zwei, drei Sekunden. So? Ohne so. Ohne so. Ohne so. Vielen Dank.